Servus Leute, heute möchte ich mal mit euch den Herrscher der Büchertag machen. Den habe ich, glaube ich, irgendwann letztes Jahr bei Steffis kleinem Bücherexpress entdeckt und dachte mir, irgendwann muss ich den auch mal machen. Und ja, jetzt habe ich nochmal Lust bekommen eben und dachte mir, okay, jetzt ist die richtige Zeit. Ich verlinke euch ihr Video auch mal unten. Und ja, der Tag hat sieben Fragen und ich bin eben hier der Herrscher der Bücher. Die erste Frage, welches Buch würdest du jeden zwingen zu lesen? Ja, ihr wisst ja, ich bin ein großer Nachtsonne-Fan und ich bin ein großer Herr der Ringe-Fan. Und ich bin auch ein großer, ja, Harry-Potter-Fan. Aber irgendwie denke ich mir, sollte es sich eigentlich für alle Leute erübrigt haben, dass man eben mal der Herr der Ringe oder Harry Potter gelesen hat. Und auch in die Kategorie für mich gehört eben von Laura Newman Nachtsonne. Aber das setze ich einfach mal voraus. Aber, ja, wem müsste ich wohl zwingen? Oder welches Buch müsste ich euch zwingen zu lesen? Und ich möchte euch gerne zwingen, Hallo Mr. Gott. Hier spricht Anna zu lesen. Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Wenn nicht vielleicht sogar das Beste. Und, ja, ich glaube, das ist immer noch zu sehr untergegangen, was dieses Buch eigentlich darstellt und wie gut es eigentlich wirklich ist. Das kann man ruhig mal lesen. Das ist nicht dick. Dementsprechend, ja, ich lese euch das ganz kurz mal vor. Anna liebt einfach alles. Und alle lieben Anna. Diesen naseweißen Fratz, den niemand weiß so gut wie sie, was das wirklich ist. Gott und die Welt, Menschen und die Liebe, das Lachen und die Angst, Freude und Trauer. 1974 erschien Annas Geschichte zum ersten Mal auf Deutsch. Und seither ist sie einem Millionenpublikum ans Herz gewachsen. Kein Wunder, denn dieses himmlische Buch ist eins der schönsten, anrühendsten, menschlichsten, heidendsten, melancholischsten Bücher, das je erschienen ist. Und ich kann das nur bestätigen. Ich weiß nicht, höchstens ihr seid ein absoluter emotionaler Krüppel. Dann lasst euch das Buch kalt. Es ist bewusstseinserweiternd, horizonterweiternd, wie nix anderes, was ich je gelesen habe. Ich habe gelacht und geweint wie im Schlosshund gleichzeitig, als ich das gelesen habe. Weil das so unglaublich emotional ist. Lustig und traurig gleichzeitig. Wie gesagt, eins der besten Bücher, die ich je die Ehre gehabt habe, zu lesen. Dann kommen wir zu zweitens. Was würdest du bei der Herstellung von Büchern abschaffen? Ja, Leserillen zum Beispiel, klar. Aber, äh, tja, ich würde abschaffen. Zum einen Taschenbücher. Ich mag keine Taschenbücher. Müssten alles Hardcover sein. Und für den selben Preis zu bekommen, wie ein Taschenbuch. Aber, was ich eigentlich hauptsächlich abschaffen würde, wäre sowas. Ja, dass du ein Buch in einer unglaublich tollen Gestaltung als Hardcover bekommst. Ja, und dann eben nur noch als ultra hässliches Taschenbuch die nächsten Teile. Ja, das ist der absoluteste, schlimmste Albtraum, wenn das Buch dann plötzlich eine andere Größe hat oder eben nicht mehr als Hardcover in dieser geliebten, früheren Gestaltung erscheinen kann. Ja, äh, äh, das ist so, äh, da möchte ich immer die Verantwortlichen in den Verlagen, ach, Leute, wie geht's noch, ey? Äh, äh, was denkt ihr euch dabei? Das ist das Schlimmste, was man uns Lesern so eigentlich antun kann. Tja, das würde ich auf jeden Fall abschaffen. Äh, kommen wir zu drittens. Welchen Autor würdest du zwingen, jedes Buch für dich zu schreiben? Also jedes Buch schon mal gar nicht, denn, äh, ich, äh, lieb die unterschiedlichsten Autoren für ihr unterschiedlichsten Werke. Äh, äh, ich würde, die einzige eigentlich, die ich zwingen würde, äh, wäre eine Autorin, eine britische Autorin, äh, die würde ich zwingen, äh, ja, äh, ein paar Spin-Offs aus ihrer Welt, äh, zu schreiben. Ähm, aus der Welt von Harry Potter, äh, mir reicht nämlich nicht, äh, wenn das als, äh, ja, so eine Art Spin-Off, äh, Filme, bla, wie jetzt fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, nur herauskommt, äh, ich hätte gerne, nee, ich hätte keinen, nicht gerne, äh, gern, ja, doch, Nachtpotter wäre schon geil, ja. Nee, aber so einen wirklichen achten Harry Potter, den will ich gar nicht. Ich will, äh, Roman, Fortsetzung, Spin-Off, äh, aus der, der Harry Potter-Welt. Am besten eben die Geschichte um die Kinder von, von Harry, äh, Genie, Ron und Hermine. Äh, äh, das wäre cool, einfach toll, mehr, 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 mehr möchte ich gar nicht. Ähm, oder eben, ja, weitere, äh, weitere Storys eben um, 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 um Hogwarts, äh, ob da jetzt dann Harry Potter oder irgendwie, aber aus der Welt von J.K. Rowling um Hogwarts, da müsste ich sie echt zwingen, einfach weiterzuschreiben. Ja, das würde ich machen. Äh, viertens. Äh, welches Buch würdest du in deinen Büchereikeller verbannen, um Platz für neue Bücher zu schaffen? Ja, ähm, ich kann mich schon, schon von, ähm, überhaupt keinen Büchern trennen, irgendwie. Ich, ich, sogar die Bücher, die ich hab, die ich echt nicht gut find, äh, äh, sind aber meine Bücher und die gehören mir. Und die geb ich dann trotzdem nicht weg. Ich bin so ein Büchermessi irgendwie. Äh, äh, ja, so. So, aber, ich hab dann echt schon überlegt und auf welches Buch in meiner Sammlung könnte ich dann doch, äh, verzichten. Und, ach, ja, Shades of Grey ist einfach der absolute Abfuck. Äh, ich, boah, brech damit. Mit, in den tiefsten Keller verbannt, das Buch. Und, äh, kannst du dann vermuten von mir aus. Ich, ich mag das Buch nicht. Ich würd's nie mögen. Äh, außer es gehen da mal noch 10 Lektoren drüber. Äh, machen aus dem komischen Charakter irgendwas ordentliches. Und fassen das mal literarisch ein bisschen wirklich in Buchform und nicht in, äh, in, 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 hä, was der Geier, was das ist. Äh, wohlgemerkt, ich hab nix gegen die Story. Story ist gut. Die Story ist gut. Das Buch ist nur schlecht geschrieben. Das ist einfach Müll. Von dem her, pff, äh, äh, noch mal schreiben. Also man nehme sich die Story und, äh, lass das einfach mal den Autor schreiben, der das schreibenspächtig ist. Das wär ganz cool. Dann, ja, aber ansonsten kann, kann ich's verbannen. Ähm, fünftens, welcher Coverdesigner, äh, welchen Coverdesigner würdest du zwingen, dir ein, äh, Wandbild zu kreieren? Tja, irgendwie erübrigt sich das, äh, bei mir, das ist eine ganz, ganz leichte, äh, äh, Frage. Die Antwort ist Alan Lee, äh, ja, diese Cover, äh, äh, ja, dieser Designer hat ja unglaublich viel, äh, unter anderem eben auch die Filme, die Film, das Filmdesign von Herr der Ringe, von Der Hobbit, äh, entworfen. Also das ganze Mittelerde Design von Herr der Ringe, äh, stammt von Alan Lee. Äh, äh, und, ja, äh, auch eben dieses Cover hier und viele Illustrationen, äh, die eben hier in, in dem Buch hier drinnen sind. Äh, ja, hier, ich jetzt gleich noch ein paar, hier, das sind so, aber, ne, insgesamt mal, äh, diese, diese Gestaltungen von, von Alan Lee, äh, die würde ich mir schon geben. Äh, 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 er ist ja wirklich ein begnadeter Maler auch eben, äh, unser riesengroßes Wandgemälde, äh, von Alan Lee, das würde ich mir echt schon gern mal geben. so für mein wohnzimmer ja dann kommen wir zu sechstens das gesicht welches charakters würdest du auf eine münze einprägen lassen also ich bin hier der herrscher und ich habe ja auch mein eigenes geld das ist ja klar dementsprechend es soll schon irgendwie was fett sein und ich meine fratze braucht nicht unbedingt so aller englische queen auf die münzen der solche cool sein ja ich fand schon irgendwie den phoenix von dumbledore fox cool einfach faszinierend der phoenix an sich und fox ja irgendwie finde ich den cool und dementsprechend kommt bei mir auf die münze fox drauf der phoenix von dumbledore siebtens welches buch würdest du den herrscher der bücherpreis 2016 welches buch würde den herrscher der bücherpreis 2016 erhalten ja welches buch ganz klar der herr der ringe weil das einfach das coolste geilste buch ist das 2016 erschienen ist das ist fakt ich habe mich so unglaublich gefreut diese herr der ringe gesamtausgabe mit übersetzung von margaret karrocks und der illustration von allen lee zu entdecken auf der frankfurter buchmesse ich war da ganz geblättet bei klettkotter am verlags stand gestanden und war echt überwältigt dass dieses buch tatsächlich erschienen ist als hardcover und mit den anhängen zu herr der ringe geben in alle drei teile die anhänge dabei und die übersetzung von margaret karrocks und die illustrationen von allen lee ich glaube es hat tatsächlich noch nie gegeben diese kombination auf deutsch von dem her das war schon preisverdächtig und dem entsprechende herrscher der bücher bücherpreis 2016 erhält dieses buch von mir ja ich habe mal wieder trotz allem lust jemanden zu taggen und ich tag mal wieder meine bücher nixen und ich tag auch mal wieder die lesäule theresa und ich tag auch mal wieder den buchtoaster nick würde mich freuen wenn du da auch mit machen wirst ja und in diesem sinne lesen wir wieder was ciao